hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge crafterworlds ja ich würde gerne meine facecam anmachen aber leider ist gerade meine umgebung zu dunkel also darauf seht mich fast wo sie stecken blieben wir sind ja da gesehen und unsere base die ich jetzt da ja noch nichts also ich muss irgendwie irgendwie muss ich jetzt rosa kristall sehr schön irgendwie muss ich jetzt so einen eimer herstellen das bruch 5 stück und dann wenn man so einen topf machen das können wir machen ja und dann können wir jetzt machen da haben wir ja nur holz da dem mit das du ihnen so und noch eine schloss neue technologie grundlegende rüstung sehr gut holzmauern wahnsinn das bruch ich genau auf das war die eigentlich und da mal holzt und holztruhe kletterdach da kann man doch aufgebaut das war die nice nice jungs nice vorsichtig steht jetzt brauchen wir brater und nägel also einmal nägel und jetzt präsentieren zuerst mal hergestellt werden schon flüssig dran da kann ich nicht wegen dem schweiß boden da wir aufs holz da oben das ist auch gut das ist auch gut so so können wir einen Leipern runter bauen Aha, ja gut, da geht es noch nicht. Und jetzt kann ich runter. Super gut, wie machen wir das? Super gut. Das kann ich auch noch nicht machen. So, dann können wir hier mal ein bisschen aufräumen. Da, da, da. Da, da. So, die ganze Nackfühlfamilie hier auch. So, haben wir jetzt der Holzbratto. Oh ja, meine Hand. Äh, was habe ich denn? Einmal an die Welle machen. So, also einmal Nägel. Einmal Bratt. Zweimal Bratt. Dreimal Bratt. Und, voilà, jetzt haben wir drei. Einmal. Wozu auch immer. Da brauchen wir Isenerx. Ja, das müssen wir zuerst wieder abbauen. Äh, da haben wir Knochen. Da haben wir gerade nichts. Jawohl, äh, hart machen wir auch noch. Da brauchen wir einmal Kohle. Einmal Holz. Zweimal Holz. Dreimal Holz. Und, viermal Holz. Und, dann brauchen wir noch einmal der Kessel. Voila. So. Ähm, machen wir das hier drauf. Und, Kuchli machen wir hier drauf. Ja. Und, Kuchli machen wir hier drauf. Ja. Hat mich jetzt einfach gerade mal entschieden. Äh, ach so. Ok, was können wir noch machen, ein paar Leitere, vier Stück, dann können wir einfach hier, hier, hier noch einen machen und hier, oh, ich brauche doch noch ein bisschen mehr, machen wir mal drei, nein, auch wieder vier, die drei hat sie gelangt, aber ja, so, einmal so, vollgepackt mit schönen Sachen, die das Leben härter machen, ja, ja, nein, ich finde es ist echt witzig gemacht, das Spiel, gefällt mir echt, gefällt mir echt gut, da unten brauchen wir wieder ein paar Fackeln, ist ein bisschen dunkel, so, und dann die Küche brauchen wir auch noch, es liegt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, so, essen, und Leto, das geht, Ernährung 3, was geht das, Ernährung 2, was geht das, Ernährung 1, Bucket Heilung 2, sehr gut, probieren wir mal rücken, stelle Essen zur Verfügung, so, so funktioniert das, genau so, ja, komm, wo du vier siehst, ja, komm, wo du vier siehst, so, wunderbar, da kocht, na wunderbar, wunderprachtig, es läuft, so, wir können da wieder Bäumchen abfallen, nice, nice, oh, da hinten könnten wir mal den Boden wieder bauen, fällt mir grad ein, da wird man so zu unserem Shop können, so, du wirst angegriffen, ja, Wasser holen, und, äh, da griffe, so, Ali top, 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 Buch des Müllers, erhöht die Geschwindigkeit, in der Korn zum Mehl gemahlen wird, aha, tischlo plus eins, das ist gut, zwerg auswählen, bist du denn tischlo? na, du bist ja eigentlich der Koch, was macht zum Tiefel der Koch, hä, was hast du, was hast du für eine Mütze, na, was du bist, du bist nicht da, du bist da, du bist der Tischlo, ach, wunderbar, und du bist der Koch, und du bist der Koch, oha, Aufgabe erfüllt, völlig riesig Bäume, sehr gut, sehr gut, ich mach's natürlich deinen Monstern als Laben einfach, oder? ein Koch, ich weiß nicht, für was, dass ein Koch so eine Kühle braucht, der hat noch, der hat auch noch, der hat auch noch, der ist so ganz nackt, du kriegst so etwas, dahinter hab ich dann noch einen gesehen, du bist der Tischler, das ist okay, du bist der Schwimmer, du kriegst einen besseren Hut, so, Rüchte kann ich leider noch keine, also nicht mehr, aber Waffentechnik, ja, kommen wir gerne am, äh, am Koch, auch noch eine Spitzhaken, Spitzhaken, Buch des Müllers, Buch des Tischlers, wo haben wir den Tischl? da, also, schwimmer, ja, Koch, ja, gut, das kommt langsam, Holger! Orangen do it, da steht so, oh Gott, Aufgabe erfüllen, ne, grundlegende Knochen, äh, Kochkunst, lass ich das mal können, jö, jetzt können wir, ach, das geht ja nicht so, fortgeschrittener Holzarbeiter, okay, muss ich noch einen Eimer, oder sonst, bis ich so mache, ja, gut, gerade wird erwerk, ups, jetzt ist es gerade, Pedale habe geflogen, angefangen mit dem Langkart, oh man, so, ach, Gott, so, also, äh, jetzt können wir, ach, nicht, das ist noch geschlossen, wieso eigentlich, ach, ich muss das da auch noch zuerst erfüllen, bevor ich das kann machen, oh Gott, ist das kompliziert, so, so, da kann ich dann nochmal, grossen Stuhl, Holzbett, Bücherregal, und ein Tontopf, ha, cool, Glas, Ton, Frasche, und Öl, ok, schon cool, was da, für ein Aufbau ist, so, ich muss noch meine Nägel machen, beziehungsweise noch ein Schloss, dazu brauche ich Eisen, mit dem, mit dem, sehr gut, wunderbar, da bitte ich auch noch, da klaut mir auch immer so sauf, mit dem, herrgott, wo habe ich denn jetzt hieße, da hinten, Mann, nein, ich habe eine fortgeschrittene Holzarbeit, sehr gut, jetzt können wir, und, was können wir denn jetzt, ah, jetzt können wir, ein Holz, nein, kann ich aber noch nicht, ach, das hangt alles immer miteinander zusammen, ist ja schlimm, gut, also jetzt muss ich das mal grundlegendes machen, und zwar, da, Eisen arbeiten, sonst kommen wir gar nirgends hin, sonst kommen wir gar nirgends hin, sonst kommen wir gar nirgends hin, wenn ich den jetzt wegnehme, ist das denn jetzt ein Seich, was zusammen, ja, 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 jetzt kann ich Wasser sammeln, komm fort, nein, ja, kommt mir vor, wieder eine Mischung zwischen, Simms und, äh, Siedler, witzig, so, und so, aber jetzt habe ich keinen Tisch, oder, mal, Tisch habe ich auch, äh, und zwar, bei den Möbeln, ha, schau an, schau an, da habe ich einen Tisch, und da stellen wir da, Haare, sehr gut, äh, Fertigkeiten, ah ne, ja, ja, da brauche ich ja Eisen, jetzt gibt es den da, da hinten, da haben wir jetzt neu, Wasser, cool, nice, auch ja, hat er noch so, vier Schleimding unter, so, damit es dann ein bisschen heller ist, das ist Kohle, das ist Kohle, 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 da, so, 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 wunderbar, der Steg ist gebaut, Jungs, hau doch den Seich da mal weg. Die Bäume wachsen nicht weiter, also weg damit. So, komm, ab, die, ab, machet etwas. Der kann auch weg, die kann auch weg. Also Schnecken gibt es da, das glaubst du gar nicht. Oha, was ist das für ein abgemagertes Schöfle, unglaublich. So, so, ja, ja. Hier kann ich das Ding nicht abbauen, das verstand ich nicht. So, da liegt, da liegt Ise. Kann ich jetzt eigentlich Ise? Eisen, super. Eimer, Rucksäcke. So, dann geht's auch besser. Sie fragt mich, ob man die Sachen auch irgendwie zerstören kann. So, dann machen wir mal ein Ei. Aber da wollen wir es gewöhnen. So. 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 Oh Mann, ich will das Wasser aufnehmen, was da ist. So, Getreide nehmen. Hier auch Getreide nehmen. Da haben wir nur noch drei Aufgaben, die wir machen. Sammle Sand, stelle die Unterkunft fertig. Und neue technische Eisenbahn. Jo, Jo, Jesus. Du wirst angegriffen. Du packst das. Den darfst du auch machen. Ein Schaf im Wasser. Sehr schön. Hier haben wir auch wieder, okay. Nein, es gefällt mir wirklich sehr gut, das Spiel. Macht richtig Laune. Ich könnte sie auch ein bisschen rennen lassen, oder? So, ich würde es auch schneller gehen. So. So. Ah, du kannst wieder aufstocken. Nice. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Herr, schaff die Kriensachen. Die sind ekelhaft, hey. Da hinten ist heftig zu dunkel, aber ist okay. So. Oh, 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 Jungs. Wieso sagt ihr denn nichts? Hä? Wieso sagt ihr denn nichts? Herrschaft. Holzfäller. Natürlich brauchen die einen Rucksack. Müller. Bergarbeiter. Holzfäller. Koch. Braucht es Müllers. Ja komm, Kochkau. Getreide anpflanzen. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Kletterer. Holzfäller. Holzfäller. Man, habe ich nur sieben Leute? Ja. Holzfäller. Ah, hallo. Du brauchst auch so einen harten Schädel. Wer hat jetzt noch keine... Hä? Du hast gerade ein Schwert. Bergarbeiter hat Schwert. Okay. Gut. Warum auch nicht? Steinmesser. Okay. Es ist ein bisschen dunkel. Schlafsäule. Das ist okay, wenn es dunkel ist. Dadurch kann ich das Lager nicht umdisponieren. Das ist ein bisschen. Wieso komme ich da nicht hoch? Du bist angegriffen. Bam. Wack. Nice. Nice. Leute, es läuft. Es läuft. Es läuft. Aber ich brauche immer noch. Ise. Giovanni. Ise. Bringt mir Ise. Mit Trillerz. Okay. Merk schon. Ise. Ise. Ist schwierig. Eureka. Moin. Jo. Okay. Korpfert, gekleckte ihn nochmal. angeln im lager gibt es keine wo sind jetzt die büste hier ja ja So. Er kommt auf. Uh oh. so haben wir diese jungs und mädels wir machen jetzt das schloss schloss ein bestandteil von türen und ruhen natürlich logo ohne das kann man natürlich keine türen bauen und so weit und natürlich das schloss zuerst erforschen natürlich mensch wieso haben wir nichts gesagt und wir machen dann noch mal 10 so supergut nägel auch das seil können wir machen drei stück sehr gut leder schittin nägel nadeln getreide dann müssen wir uns ein bitofor schon noch für landwirtschaft wasser das brauchen wir dann wahrscheinlich auch für die landwirtschaft das knochen ja das ist schön und recht ein totem haben wir eins das brauchen wir aber jetzt noch nicht was brauchen wir denn jetzt so noch tatsache man sollte noch nägel herstellen dafür fehlt uns aber noch eisen koch buch wo haben wir unsere koch koch herzlich willkommen im klub vor der koch cool 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 so unten unter der arte Halleluja! Muntere Duff! Ei, ei, ei! So, bis auf Grund muss alles weg! Was nö, doch! Seid einfach nö! Was nö, doch! Hey, wir haben jetzt die zwei Facklen weggenommen. Ich glaube, euch haben wir jetzt. Oh, jetzt nehmen sie die Facklen weg, die dort gewesen ist. Ich glaube, es fremd für euch. Bleibt doch mal die Facklen da. Oh mein Gott! In der Küche brauchen wir auch Licht. Mano! Aber sie essen hier! Unglaublich! Sehr gut! Jetzt können wir, wer macht der Scheiss? Hallo! Ja, ist gut jetzt! Oh Mann! Das entferne, dass ich da eine Leitere hin kann. Oh Gott! Mach dir das kompliziert. Ne, ich mach da eine Lucke hin. Ah, so gut, dass wir die Lucke hin. Okay. Wunderbar! Monster Portal geöffnet. Äh... Äh... Freut mich, heißt Marcel. Technologie-Punkte. So, jetzt können wir Blätterdach und Holzmauern. Wollen wir Holzmauern? Da haben wir Holzmauern. Das ist schön, dass das nochmal Holz braucht. So... 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 Und so... So... Ach Mann! Okay... Okay... Ich bin ein paar zu viel gewesen. Kann passieren. So... Und mit dieser Tür verabschiede ich mich dann auch weiter. Für eine kommende Folge. Drei Wand, sechs Wand, neun Wand, zwölf Wand. Ja, damit können wir sicher etwas anfangen. Und die Holztüre. Da brauchen wir eben das ominöse Schloss. So... 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 Und so... Jetzt müssen wir hier drüber... Äh... Du... Nein! Ich tippe. So... Wenn ich richtig aufgepasst habe, sollte das eigentlich eine Tür sein. Wenn ich nur ein Schloss habe, kann ich nur eine Tür machen. Und natürlich ein Blätterdach. Auch das wird gewünschen von meinen Zwergen. Auch das kann ich machen. Ohne Probleme. Eins, zwei... Machen wir auch mal ein... Neue Technologie. Was schon? Junge! Hat doch eigentlich noch einmal... Schmiede, Eisenhaken, Eisenhaken und Verbessertes Portal. Okay... 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 Äh... Ja... Liebe Freunde, wie es weitergeht, das werden wir... Das werden wir dann... In der nächsten Folge sehen. Beziehungsweise wie ich mir jetzt mein Häuschen baue. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Okay... Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spass. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und... Die schreien gerade ein bisschen. So... Okay... In diesem Fall wünsche ich euch viel Spass. Tschötsame! Tschötsame! Dêuere Musik We are breaking free It's just you and me You might fall apart While we're running away So far Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we deny us? Didn't think we were Following our hearts We are breaking free It's just you and me We might fall apart We might fall apart Now or not We might fall apart Can we break free? 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 Untertitelung des ZDF, 2020